Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MakeFinance. Heute stelle ich dir eine Aktie vor, die den gesamten Gesundheitsbereich digitalisieren möchte. Das Unternehmen kommt aus Japan, die Dividende wurde seit 15 Jahren bei dem Unternehmen nicht gesenkt und wir gucken uns gemeinsam die fairen Werte der Aktie an und ich sage dir mein Fazit zur Aktie. Und nun viel Spaß dir beim Video. Ich habe die MakeFinance Community gefragt, aus welchem Land wollt ihr die nächste Aktie vorgestellt bekommen? Die Mehrheit von euch hat sich für Japan entschieden. Wenn auch du dich aktiv an den Inhalten auf meinem Channel beteiligen möchtest, dann tritt kostenlos meinem Kanal bei und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Dann holst du für dich den besten Mehrwert raus. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio in Japan. M3 ist in unterschiedlichen Geschäftsbereichen im Gesundheitswesen tätig, darunter medizinische Informationssysteme, digitales Marketing für die Pharmaindustrie, medizinische Forschung und Fortbildung für Ärzte. Zudem wird eine medizinische Plattform angeboten, welche Ärzten den Zugang zu aktuellen medizinischen Informationen erleichtert. Der Hauptfokus von M3 liegt in der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Über 320.000 Ärzte allein aus Japan und 6,5 Millionen internationalen Ärzte sind bei dem Unternehmen registriert. Der CEO ist Aki Tomaru seit 2012 und bei M3 arbeiten 10.533 Mitarbeiter. Das Geschäft lässt sich in sechs Sparten aufteilen. Den größten Anteil am Umsatz erzielt dabei die medizinische Plattform mit 39,1%. Die Überseeregion macht 26,9% aus, Side Solution 15,2%, Evidence Solution 11,5%, der Bereich Career Solution 6,0% und sonstiges noch 1,4%. Wo werden die Umsätze erzielt? Den Hauptanteil erzielt man im Heimatmarkt in Japan mit 72,8%, gefolgt von der Region Nordamerika mit 11,5%, Europa 9,8% und sonstige noch 5,8%. Wie sieht die aktuelle Gewinn- und Umsatzentwicklung bei dem Unternehmen aus? Zuerst die Gewinne in Orange. Diese sind deutlich angestiegen. Die Corona-Pandemie war ein zusätzlicher Wachstumstreiber für das Unternehmen. Der Free Cashflow in Ocker ist ebenfalls deutlich angestiegen. Eine Dividende wird bezahlt, das siehst du an den blauen Dividendenbalken, und diese wird seit 15 Jahren erhöht. Schauen wir uns die Umsätze an. Diese sind langfristig gesehen am Steigen. Und die Nettomarge, das ist die grün gestrichelte Linie, ist zuletzt leicht gesunken und liegt bei 20,7% noch. Ist die Aktie derzeit fair bewertet? Zuerst der Blick aufs Jahreschart. Hier fällt auf, dass wir möglicherweise einen Turnaround gesehen haben, da wir ein höheres Hoch haben als beim letzten Mal. Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, haben dennoch bei der Aktie einen Kursverlust von 32,7% erlitten. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 10,4 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 31,6, deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 68,6. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell bei 6,8 und der 10-Jahres-Schnitt liegt bei 14,4. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 19,6% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 21,5%. Die Dividendenrendite beträgt zurzeit 0,77%, wurde seit 15 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cashflow von 25,8%. Gezahlt wird die Dividende einmal im Jahr. Das Unternehmen kommt aus Japan. Wenn dich andere Aktien aus Japan interessieren, so verlinke ich dir oben in der Infokachel ein spannendes Video dazu. Viel Spaß dir dabei. M3 ist in der Gesundheitsbranche aktiv und dort im Bereich Gesundheitspflege und Geräte. Schauen wir uns die TraderFox Scores an. Der Qualitätsscore kommt auf 12 Punkte, der Dividendenscore erreicht 4 Punkte und der Wachstumsscore kommt auf 7 Punkte. Ein Robustheitscheck ist leider nicht möglich, da die Beurteilung bei TraderFox nicht vorhanden ist. Wie sieht die Aktienbewertung im Aktienfinder zur M3-Aktie aus? Zuerst die Stabilitätszahlen. Auf den Umsatz liegt diese bei 0,92, auf der Dividende bei 0,9 und auf den Gewinn bei 0,87, wobei 1,0 der Maximalwert ist und damit sind alle drei Werte sehr gut. Die Bewertung nach dem Fair Value bereinigt in Orange liegt bei 4,475 japanischen Yen, der Fair Value des Umsatzes in Grün bei 4,446 japanischen Yen und der Fair Value der Dividende in Blau bei 3,758 japanischen Yen und in Schwarz siehst du den Kursverlauf über die Jahre. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte für die Bewertung der Aktie. Damit scheint die M3-Aktie derzeit unterbewertet zu sein. Gucken wir uns den Dividendenturbo an. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 0,77% und der 10-Jahres-Durchschnitt liegt gerade einmal bei 0,32%. Eine so hohe Dividendeneinstiegsrendite gab es selten in den letzten 10 Jahren bei dieser Aktie. Wobei eine Dividende von 0,77% wird Dividendenjäger nicht hinter den Ofen hervorlocken. Besonders in Phasen deutlich über den Mittelwert ist ein Kauf der Aktie lohnenswert. Kommen wir zu meinem Fazit zur M3-Aktie. Man besitzt eine gute Marktpositionierung im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ein ähnliches Unternehmen wäre vielleicht die Combo Group aus Deutschland. Das Unternehmen war ein klarer Corona-Profiteur und nun ist die Aktienbewertung wieder in einen attraktiven Bereich zurückgekehrt. Derzeit bietet die Aktie eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite, wenngleich diese mit 0,7% für Dividendenjäger von der Höhe nicht ausreichen wird. Das jährliche Dividendenwachstum auf 5 Jahre liegt bei 24,8%. Die Quellensteuer in Japan liegt bei 15,315%, von denen in Deutschland 15% anrechenbar sind. Die größten Risiken M3 besitzt bereits jetzt schon eine Vielzahl an angeschlossenen Ärzten, sodass dieses Wachstum vor allem noch im internationalen Bereich kommen kann. Im Heimatmarkt sehe ich es eher als gesättigt an. Die Internationalisierung muss vorangetrieben werden. Hier gilt es, die jeweils nationalen Besonderheiten zu berücksichtigen und die Marktanteile deutlich zu steigern, da ansonsten die Wachstumszahlen deutlich zurückgehen werden. Ich finde die M3-Aktie durchaus interessant, sofern man sich für eine Digitalisierungsaktie im Bereich des Gesundheitswesens interessiert. Die Aktie ist gemäß des Aktienfinder-Net derzeit unterbewertet. Nun interessiert mich deine Meinung. Schreib sie mir in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Channel kostenlos abonnierst, das Video bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank dafür, gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.